Nachhaltigkeit heißt für uns, dass die Produkte langfristig funktionieren. Also es geht hier darum, die Luft, die Energie dort zu halten, wo man sie letztlich nutzt, also im Innenraum von Gebäuden. Die soll ja nicht durch die Fuge nach außen wandern. Und ja, Nachhaltigkeit ist für uns auf der einen Seite eben Qualität und Langlebigkeit. Und gerade bei der Produktentwicklung geht es uns darum, die Möglichkeiten auszureizen, was man mit den Produkten letztlich machen kann. Also nicht einfach nur jetzt der Produktnorm entsprechend ein Produkt zu entwickeln. Da geht es ja zum Beispiel um den A-Wert in der Gebäudefuge. Also wie viel Luft geht durch die Fuge hindurch? Sondern kann man jetzt einen A-Wert von 0,1, der als Standard definiert ist, also 100 Liter, die pro Stunde, pro Fugenmeter durchwandern dürfen, entwickeln oder erreichen in der Produktkonzeption? Oder kann man vielleicht auch einen A-Wert von 0 erreichen? Und das ist unser Ziel. Und das heißt, in diesem kleinen Bereich in unserer Produktwelt, Nachhaltigkeit, nämlich weiterzugehen als das, was vorgeschrieben ist. Wir entwickeln Produkte, die keinen Lufttransport durch die Fuge hindurch mehr ermöglichen, indem wir Folien, zum Beispiel in vorkomprimierte Bänder, setzen, einbauen und diese Performance einer Folie in puncto Luftdichtheit dann auch nutzen, als kleiner Teil. Das Engagement im DGNB ist für uns deswegen wichtig, weil man für uns immer den Gesamtzusammenhang verstehen muss. Also man kann ja auch als Nicht-Mitglied Produkte im Navigator platzieren. Man kann letztlich diese Plattform nutzen, um die Produkte dann in Gebäuden einbauen zu lassen oder über den Auditor dann letztlich auch zu erkennen, dass die Produkte geeignet sind für DGNB-zertifizierte Gebäude. Aber für uns ist es wichtig, das Gesamte zu verstehen. Also auch letztlich die Philosophie hinter dem Thema DGNB. Wir haben ja den Blick auf unsere Produkte und aus der Produktwelt heraus, treffen jetzt die Sichtweise des DGNB. Und das ist ja letztlich dann auch ein gemeinsamer Weg und eine gemeinsame Entwicklung dieser beiden Themen. Und das ist uns wichtig.